Sag mal, hab ich dir irgendwas getan? Nein, warum? Du bist so abweisend und egal was ich sage, du bremst mich aus. Du bist erst so anders, seit wir uns geküsst haben. Leonard. Du hast als erstes das Band zwischen uns gespürt. Glaubst du mir, dass ich deine Mutter bin? Ich glaube Ihnen. Bitte? Sag mal, hast du jetzt komplett den Verstand verloren? Ist doch nicht dein Ernst! Doch. Und ich habe gute Gründe dafür. Welche denn? Dass ich sich angeblich daran erinnern kann, dass du immer darauf geachtet hast, dass wir alle Schokolade kriegen? Herrgott, Leo, die macht dir was vor! Anski, jetzt hör doch mal auf! Das ist natürlich ziemlich raffiniert von Ihnen, erst den zu bezirzen, der der Naivste ist. Aber das wird Ihnen gar nichts nützen. Leo, ich kann schon verstehen, dass du es gern hättest, wenn unsere Mutter noch lebt. Dann hättest du sie nicht auf dem Gewissen. Aber diese Schmieren-Komödie, tut mir leid, wenn dir das reicht. Carla, und mir reicht es jedenfalls nicht. Gregor, hör auf damit! Und her mit der Kamera! Und? Was, was ist das? Hast du was anderes vor? Nein. Ja, also. Klammer. Matthias, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wieso nicht? Naja, es geht um Lydias Verlobung. Und du hast doch gesagt, von wegen Familienangelegenheit. Danke. Danke. Das wird noch voll mehr haben. Was denn? Erst bist du hier ein, und dann willst du mir noch drohen? Das war vielleicht nicht so clever. Nathalie, ich hätte dich wirklich sehr, sehr gerne dabei. Nein. Das vorhin, das war nicht so gemeint. Siehst du, ich... Schon in Ordnung. Ich komm mit. Gern sogar. Okay. Ich zieh mir nur schnell was anderes an. Ihr meint, ist der Kerl hier eingebrochen? Deswegen hätten wir vielleicht besser die Polizei rufen sollen. Dir wäre das sicher nicht passiert. Das Wichtigste ist doch, dass... dass der Kerl verschwunden ist und mit ihm seine Bilder. Dafür hat er jetzt natürlich eine fantastische Story. Jigolong und Prügel-Prinz. Super. Ich bring dir nichts als Ärger ein. Vielleicht bin ich doch nicht der Richtige für dich. Ich verstehe einfach nicht, warum Leo an sowas glauben kann. Das stimmt allerdings. So dämlich hätte er nicht mal hingehalten. Ja, was denn? Du bist doch hoffentlich genauso fassungslos darüber wie ich. Wir müssen unbedingt verhindern, dass er sich weiter in diesen Schwachsinn verrennt. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Unsere Mutter von der Mafia verfolgt und dann vom Geheimdienst gerettet. Das ist doch absurd. Offensichtlich nicht für Leonard. Aber plötzlich taucht hier jemand auf, der ihm suggeriert, er muss sich keine Sorgen mehr machen. Alles ist in Ordnung. Ist doch klar, dass er darauf anspringt. Ja. Wenigstens du glaubst mir. Es bedeutet mir viel. Ach, Hiran? Ich werde dir jetzt mal was sagen. Jahrelang habe ich geglaubt, dass ich für deinen Tod verantwortlich bin. Hast du dich jemals gefragt, wie ich mich dabei gefühlt habe? Warum?! Ich wüsste zugehören, was diese Frau vorhat. Vielleicht will sie ganz einfach in den Besitz des Lahnsteinsvermögens kommen. Carla, jemand wie die ist doch nicht scharf auf Geld. Ich dachte, Geld wäre immer das einzige Motiv, das du kennst. Da siehst du mal, wie wenig du von mir weißt. Nein, es muss was anderes sein. Ich mache mir ehrlich gesagt mehr Sorgen um Leonard als um diese Maria Galdi. Ja, da bin ich ja beruhigt, dass wir wenigstens in dem Punkt nicht einer Meinung sind. Ich weiß nicht, ob es dir passt oder nicht. Diese Frau hat irgendwas vor. Die hat sich hier nicht ohne Grund als Privatsekretärin der Prinzessin eingeschlichen. Warum hast du nicht von Anfang an gesagt, wer du bist? Ich meine, wir leben hier seit Wochen unter einem Dach. Seite an Seite. Und du sagst kein Wort? Ich finde, du bist mir verdammt nochmal endlich eine Erklärung schuldig! Mutter! Vor einem halben Jahr ist der Mafiaboss erschossen worden, den ich damals bei dem Mord beobachtet hatte. Und ich habe gedacht, Gott sei Dank, jetzt ist alles vorbei. Aber dann war es doch nicht so einfach. Mein altes Leben war in weite Ferne gerückt. Das neue surreal. Ich... Ich hatte Angst, euch wieder zu sehen. Und habe es vor mir hergeschoben. Aber... Als ich dann gehört hatte, dass die Gemälde restauriert werden sollten, habe ich mit meinem Vorschlag, Carla, dieser Aufgabe anzuvertrauen, auf eine Tür eingerannt. Und jetzt... wo ich hier bin. Geh... Weiß ich überhaupt nicht mehr. Ja, du hast recht. Es sind Raubtiere. Aber wenn man mit ihnen aufwächst und... ...und sie täglich füttert, dann... lernt man irgendwann, sie zu mögen. Ja. Und manchmal gelingt es sogar, sie zu dressieren. Und wann schnappen sie denn zu? So wie eben. Oh Gott. Ja, das mag ja alles sein, aber Waldensteig braucht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Waldensteig... Ich weiß, das ist dein Leben, das ist deine Welt. Aber ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Ich weiß nicht, was da für Menschen leben, was die bewegt. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, Katharina, die war mir nah. Aber jetzt ist Katharina... Katharina Luise... Luise Katharina von... Von... Luise, Letizia, Katharina, Prinzessin von Waldensteig. Da hast du es. Ich schaff's nicht mal deinen Namen in einem Rutsch aufzusagen. Wir leben in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Ja. Du hast recht. Deine Welt war mir genauso fremd. Aber... Dann hast du mich an der Hand genommen und du... hast mir gezeigt, wie man Bier trinkt und wie man... wie man Pommes Schranke isst. Komm. Na, willst du? Ich will dir etwas zeigen. Guten Tag. Guten Tag. Hier finden Sie alles Wissenswerte. Von den Menüs bis hin den Dekorationen wird alles optimal auf Sie persönlich abgestimmt. Da handelt es sich um ein Missverständnis. Es geht um die Verlobung meiner Tochter. Entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Wollen wir uns setzen? Gerne. Und? Seien Sie unser Gast und erleben Sie unvergessliche Stunden zu zweit. Lass mal sehen. Also, hier haben wir die Arrangements. Blütensommer in der Eifel. Oder hier, romantische Verführung. Klingt beides ganz nett. Na ja, ich kann damit nicht so viel anfangen. Dafür bin ich ja mitgekommen. Nicht nur deshalb. Na? Was war denn das? Ich will dir meine Familie vorstellen. Damit du dir unter den Walden steigst etwas vorstellen kannst. Tada! Unsere Gemäldesammlung. Alles, was wichtig und selten ist aus den letzten fünf Jahrhunderten. Sie lagerten die ganze Zeit in unserem Stammschloss vom Keller. Aber jetzt sollen sie einen neuen Glanz erstrahlen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Herr Paché, was macht Ihr Räumer? Danke, Durchlaucht. Herr Paché war der Einzige, der für die Aufgabe in Frage kam. Da war ich mir mit Carla von Anfang an einig. Ja, was willst du mir denn eigentlich zeigen? Na, unsere Gemälde. Also, ähm, ein Teil davon. Unsere Armengalerie. Als Kind habe ich Nachmittage damit verbracht, auswendig zu lernen, wie ich mit wem verwandt bin. Und mit einem Bild vor Augen ging es leichter. Er hier sieht ein bisschen verkatert aus. Ah, das nenne ich Menschenkenntnis. Fürchtegott von Waldensteig. Er war ein echter Lebemann. Seine Bälle waren Wochen davor und danach. Tagesgespräch. Außerdem führte er sehr erfolgreiche Kriege. Unter ihm war die Ausdehnung des Fürstentums so groß wie nie. Ist das nicht bewundernswert? Ja. Genauso wie Karl August. Er wollte eigentlich nie Fürst werden, sondern sein Leben eher Gott widmen. Aber, wie das Schicksal so spielt, sind alle seine Brüder an der Pest gestorben. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als trotz seiner Priesterweihe der Kirche den Rücken zu kehren und selbst den Thron zu besteigen. Auch sehr bewundernswert. Sie kann sich sogar daran erinnern, dass du weiße Socken gehasst hast. Und bei dir, dass du bei Rotkäppchen in Panik geraten bist. Sag mal, seht ihr das nicht? Die Frau lügt nicht. Sie kennt Einzelheiten, die nur Francesca kennen kann. Jetzt hör auf, sie Francesca zu nennen. Diese Frau ist nicht unsere Mutter, auch wenn du das noch so gern hättest. Ist auch verständlich, dass dir das lieber wäre. Lass uns bitte vernünftig an die Sache rangehen, ja? Carla, bei aller Liebe, deine Vernunft, die steht mir langsam bis hier. Was muss denn noch alles passieren? Sie hat das Muttermal exakt an der gleichen Stelle. Sie kennt sämtliche Geschichten. Und habt ihr die einmal in die Augen gesehen? Du wiederholst dich. Ja, weil das alles Dinge sind, die mich überzeugen. Sie ist eine Betrügerin, Leo. Sie ist gut vorbereitet. Sie hat über die Lahnscheins recherchiert. Wenn dir das reicht, tut mir leid, mir reicht's nicht. Warum hat sie denn dann die Wahrheit so lange für sich behalten? Na, weil sie unsicher war. Genau wie ihr zwei jetzt auch. Sie hat eure Reaktion vorausgesehen. Für mich ist sie nichts weiter als eine drückklassige Schauspielerin. Mann, wie kann man nur so verbohrt sein? Ich kann Ansgar und Carla verstehen. Ich weiß, wie unglaublich das alles klingt. Aber ich sage die Wahrheit. Und ich bin nicht zurückgekommen, um euch streiten zu sehen. Jetzt halten Sie doch endlich den Mund! Das ist ja nicht mehr auszuhalten! Ich kann mir die Feier hier schon super vorstellen. Ja, zumindest eine Möglichkeit. Aber eben nicht so persönlich. Da müsste man eben selbst für sorgen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Ach, nimm das nicht so ernst. Ich glaube, ich wollte nur sagen, wie toll ich die Atmosphäre bei euch zu Hause finde und wie froh ich bin, dass ich bei euch wohnen kann. Das finde ich auch. Vor allem seitdem du bei uns wohnst. Ich finde, hier bekommt man irgendwie Appetit, oder? Ja. Hier werden wir was essen. Alle deine Vorfahren, die haben nur für das Fürstentum gelebt und ihre eigenen Interessen, die haben sie hinten angestellt. Ja. Bis auf, ähm, Gustav und Charlotte. Ja, okay. Das war ja eher so eine Art Vorruhestand, oder? Ja, aber ich glaube, Sie haben es anders bezeichnet. Hm. Und... Ach ja. Und das hier, das, das kennst du ja schon. Die Unvernunft der Gefühle. Mein Vater bezeichnet es immer als das Herzstück der Sammlung. Weil es so teuer ist? Ja, das ist es wirklich. Aber ich glaube, er meint wohl eher, weil es mit dem Schicksal der Waldenstrec so eng verbunden ist. Wenn man dich so reden hört, dann bekommt man den Eindruck, als ob deine Vorfahren ihre Gefühle ziemlich gut im Griff hatten. Das war nicht nur bei meinen Vorfahren so. Luise, ich... Der Mann an deiner Seite, der muss ja offensichtlich verantwortungsbewusst sein und diszipliniert. Und, ähm, wenn du meine Freunde fragst, sind das nicht unbedingt die ersten Dinge, die denen zu mir einfallen? Dieses Argument wird meinem Vater bestimmt am allermeisten imponieren. Und trotzdem... Ich liebe dich, Gregor. Du hast mir gezeigt, was in meinem Leben bis jetzt gefehlt hat. Und seit ich dich kenne, ist es nichts mehr so, wie es war. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Und allem hast du zugehört. Egal wie. Ich glaube, es ist besser, ich gehe zurück ins Hotel. Ich begleite dich noch. Ich wollte das alles nicht. Ich habe so lange geschwiegen, weil ich genau das befürchtet habe. Und jetzt habe ich doch alles durcheinander gebracht. Was hast du vor? Ich werde dem Spuk ein Ende bereiten. Mach dir keine Sorgen. Carla kriegt sich schon wieder ein. Entschuldige. Danke. Danke. Du meldest dich. Das mache ich. Und du willst Leonard und Ansgar wirklich nichts davon sagen? Leonard wäre sowieso gegen eine DNA-Analyse. Und was Ansgar angeht, je weniger erweist, desto besser. Ja, schon, aber ich bin... Ich weiß, es ist nicht die feine Art. Aber ich kann nicht zulassen, dass Leonard auf diese Schwindlerin reinfällt. Was ist denn, wenn das Ergebnis euch nicht in den Kran passt? Zu blöd auch, dass Sie nichts anderes mehr frei haben. Na ja, ich musste unbedingt ja noch ein zweites Viertel Wein trinken. Ich hätte dir ja auch mal sagen können, dass ich keinen Führerschein mehr habe. Also haben wir beide schuld. Oh, das ist unser beider Verdienst. Vielleicht ist es ja auch ein Wink. Da fällt mir ein, ich wollte Arno nochmal anrufen. Hören, ob die Kleine schläft oder sie ihn immer noch auf Trab hält. Das hat sie ja mittlerweile gut drauf. Du kannst das Bett haben. Ich nehme das Sofa. Sicher. Ja. Hey! Ich wollte dich eigentlich noch schlafen lassen, aber wenn dir so viel an einem Kuss liegt, dann komm doch vorbei. Ich bin im Hangar. Später. Erst muss ich nach Königsbrunnen. Wieso? Ich will mit meinem Vater reden. Ich hatte heute Nacht eine Idee, wie wir die Probleme von Waldensteig lösen können. Ach ja? Erklär dir später. Das heißt, du kommst hierher? Aber sicher. Ich harre derweil aus mit wild klopfendem Herzen. Bis dann. Mua! Warum von... Was sollen Sie denn hier? Ich möchte mit Ihnen ein Geschäft abschließen. Haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, was es bedeutet, eine Frau wie Luise glücklich zu machen? Sie hatte immer Personal, war von früh bis spät umsorgt. Wie hoch schätzen Sie beispielsweise die laufenden Kosten für Garderobe und Friseurei? Sie sehen Sie, das ist der Unterschied. Es kümmert mich nicht, weil für mich muss ich Luise nicht hübsch machen. Ich mag sie so, wie sie ist. Und das ist ihr neues Leben. Sicher. Und sie findet alles unglaublich aufregend, aber... Was ist, wenn die erste Verliebtheit verflogen ist oder ernsthafte Probleme auftreten? Kommen Sie zum Punkt. Das sind, ähm, eine Menge Nullen. Dann bringe ich sämtliche Unterlagen mit. Hier bist du. Wir sehen uns dann morgen. Auf Wiederhören. Ich habe dich überall gesucht. Mir ging es nicht anders. Wo hast du gesteckt, Kind? Papa, ich hatte letzte Nacht eine Idee, aber versprich mir, dass du mich ausreden lässt. Ich weiß, wie wir unsere finanzielle Situation lösen könnten. Unsere Unternehmen sind verschuldet, aber wir haben Werte, mit deren Hilfe wir neue Kredite bekommen könnten. Wovon redest du? Von unserer Gemäldesammlung. Allein die Unvernunft der Gefühle würde eine enorme Summe erzielen. Ich meine, natürlich könnte man damit Waldensteig nicht sanieren, aber... ...um neue Liquidität bei den Banken zu bekommen... ...damit wäre uns allen geholfen. ...und mir... ...dir und dem Fürstentum. Du willst das Gemälde verkaufen? Morgen. Morgen. Wollen wir was frühstücken, bevor wir fahren? Meinetwegen können wir auch gleich los. Musik 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 I may not have the softest touch I may not say the words as such I know I don't fit in that much But I'm yours Forbid love goes straight to your heart And I can't stand the pain When I call out your name Forbid love goes straight to your heart And your soul losing control Forbid love goes straight to your heart